meine damen und herren herzlich willkommen hier zurück zu wo der markt auf chaos und dies ist das letzte kapitel dass ich spielen werde von wo man mag auf chaos und battlemarch dann werden wir schon durch und es gibt keine kampagne mehr zu zeigen er zieht kein level mehr zu zeigen es ist alles danach vorbei wir bestreiten jetzt hier nur noch dieses letzte kapitel mit einer betrugenden blutigen der letzten dämonen prinzess snorkel und danach ist dann hier auch ende ich rede zu mark of chaos haben wohl auch nichts mehr zeigen auf diesen kanal weil es nichts mehr zu zeigen gibt ja ich könnte natürlich jetzt auch auf dem schwierigkeit grad schwer spielen und wie dann durch jede mission durch quälen naja wo ich dann jede stadt bestimmt fünfmal machen muss damit ich sie schaffe also da habe ich keinen bock drauf das spiel war so schon schwer genug ich glaube das hat man mir auch angesehen dass ich da wirklich schon in einigen bisschen sehr verzweifelt war und von daher ist es gut wenn dieses wohl mehr classics projekt hier dann auch beendet ist muss ich ganz ehrlich sagen aber es hat trotzdem auch spaß gemacht wir sind jetzt wieder bei kest wird wir haben einige verluste auszugleichen und wir haben einige neue items glaube ich noch gefunden von der litz mission ja plus 50 weiter nachkampf da verleihen flächenschaden kommen wir hier keule der höhengrube der welt sein stab wir haben noch skill punkte rang 25 wird er wohl halt nicht mehr erreichen war und daher investieren wir die liebe woanders der maximale moralwert des helden und des angegliederten regiments erhöht sich um vier prozent pro stufe nehmen wir das dann bei dir die skill punkte ja was haben wir daneben mehr treffer punkte wobei du könntest eigentlich noch du könntest das hier noch erreichen mit nur einem level ich warte da mal noch und du bist auch bald rang 25 war das aber kein punkt toll mantel der 13 du mannschaften und zauber fügen die melden 100 prozent schaden zu nur magische waffen und zauber na warum nicht die rüstung geben wir dann 25 prozent schuss schadenresistenz die rüstung geben wieder also ich sonst noch irgendwelche guten items dann würde ich sagen was das und jetzt gut haben in der gerechtigkeit jemand talapain betreten kann gilt es ein schwieriges hindernis zu gewinnen diese mächtige kanone wurde von den besseren technikus und zwergen manche nächsten gebaut und überblick die nördlichen zugangswege und wir nehmen die blitz kanone mit dem alle helden mit dann nehmen wir ein kiffin krieger mit wenn die mit indem die sturm ratten mit wir nehmen die klaren ratten mit und wir nehmen noch mal klaren ratten mit und dann würde ich sagen jetzt die mission ist nicht ohne wenn ihr hier dieses ding seht wir müssen ab und zu bisschen deckung suchen denn den ruin um so zur kanone zu gelangen und das gibt nur den weg durch die ruine es geht nicht links längs es geht auch nicht rechts längs gar nichts geht seht die pracht des clans also wenn ich es gäbe würde dann würde ich die kanone so nicht angreifen natürlich bessere tonnel graben ja aber naja gut heute erringe ich einen glorreichen sieg geliebte krankheiten weg da weg da welchen feind sollen wir vernichten groß große kanonen uns töten müssen dahin kommen sie zerstören das müssen wir wohl da ist ja schon die kanone ich diene der gehörten ratte ich verdammt die ratten sind da wir wurden schon gesichtet feiern auf befehl vorbereiten aufhaltsam sein keine rüstung geht uns auf gefunden die herrscher des zerfalls schicken mich die verwesung bereit zum angriff feuer haben gewonnen kann ohne feuert weg weg in deckung ist halt nicht einfach aber irgendwie kommen wir schon durch nicht scheiße ach jäger die gehörte ratte wird über alles herrschen welchen feind sollen wir vernichten ohren zu halten jetzt wie bitte der tot tot hat euch gefunden wie können wir den großen anführer dienen bereit zum angriff feuer maximalladung erreicht kann ohne feuert weg weg in deckung noch glück gehabt angriff reilige nachladen hier ist viel warfstein zu holen holen ein schlauer plan macht euch bereit sklaven ladet die worten spulen hat er jetzt die ganze zeit die geschossen wenn er nicht aufgeklickt hatte oh man ey das tiefenreich wird mir gehorchen wir sind euch gewohnt der größte aller körper leid zum angriff feuer die gehörnte ratte wird über alles herrschen der weg ist kanone feuert weg weg in deckung ja 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 in deckung gut wie die gehörnte ratte befiehlt meine pocken reinige nachladen im allen wogen gesehen sehen ach du scheiße ich diene der gehörnten ratte törichter feind ist leicht getötet der plan funktioniert nie was ist das hier eigentlich und die armee verspürt keine schmerzen weg weg in deckung worauf schießen die jetzt die kanone hier mal noch drei punkte 20 ich diene der gehörten die winter war was wünscht ihr überaus großzügiger dienstherr die pestilenz die welt regieren oh man der tod bereit zum angriff feuer weil er ja schütze so können wir den großen anführer dienen kanone feuert weg weg in deckung scheiße die hat gesessen das tiefenreich weg reinige nachladen die gehörnte ratte sieht uns die 13 sind meine meister lauft lauft erfreut euch dienen zu dürfen mächtiger general welchen feind sollen wir vernichten ok weiter geht's rivalen wurden gesehen sehen wir warten auf eure befehle zum glück sind die ein bisschen schneller bereit zum angriff feuer wird es viele kämpfe geben der tro kanone feuert weg weg in deckung scheiße keine rüstung hält uns auf nimm dein reinige nachladen er liebt wahre macht meine maximalladung erreicht ja mächtigster der mächtigen klar wird diese schlacht für euch gewinnen wir warten auf eure befehle angriff ich spüre frische krankheit in mir stirbt an krankheit und plage bereit zum angriff feuer feuer verrückte sind meine meister kanone feuert weg weg in deckung scheiße mach nix denn hab ich sowieso gerade geheilt einige nachladen und aufhaltsam sein klanz kriar ist stärkster klan schütze uns der ratten dämon wünscht meine hilfe was ich bin doch kein ratten dämon schuld klanz kriar bietet seine dienste an wir warten auf eure befehle oh man die ist voll auf mich gerichtet bereit zum angriff feuer die herrscher des zerfalls scheiße kanone feuert weg weg in der abendschein unterwegs meisterlicher meister meine macht ist unaufhaltsam reinige nachladen krieg krieg er ist endlich nun rang höher dieser feind ist uns überlegen wir werden den großen plan ausführen viel warb stein viel macht die die haben gewonnen ja überaus schlauer meister hallo 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 hoch so man kann sich die kanonen noch umdrehen bereit zum angriff feuer das wird doch nix mehr kanone feuert weg weg in deckung viel warb stein viel macht ich schieße nicht mehr mit der blauze Reichweite puh zum glück stein überaus großzügiger dienstherr wir werden den großen plan ausführen töten 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 das war's das war's stein ist nicht gewachsen nicht gewachsen keine rüstung hält uns auf noch ein paar gegenstände kleine glanz polster kommandant welchen feind sollen wir vernichten wir lassen davon ab wir schauen noch mal je so ein bisschen hat meine hilfe was hier noch alles so rumliegt gesprochen hier sind nämlich noch ein paar items überaus einfallsreich euer großartiger der heute kann man deswegen gift gestorben kaputt gegangen ja auf jeden fall wegen gift schaden ich habe gesehen da ist noch ein regiment mit einer kleinen das wird teuer abgeschlossen mit hohen verlusten gar nicht so einfach aber 7500 gold sind nicht ohne da können wir uns schon gut mit verstärken so ist jetzt sagen 25 das heißt na gut ein ich dachte ich habe da die punkte aufbewahrt da habe ich gar nicht das war mal anderen ich würde für 15 sekunden eine magische seuche herbei mit einer einheit infiziert dann infiziert sich das ganze regiment die infektion dauert 430 sekunden und hat eine einprozentige trefferchance alle zwei sekunden dp zuzufügen toll nicht schlicht da sind hier alle rang 25 das ist echt nur solide bei den torgern seiner armee ist das nicht so dieser zauberleben sofort allergenischen gruppen für zehn sekunden also die können sich dann gar nicht mehr bewegen ok nicht schlecht vorobstein leben sprudel ach so dass es sowas dass die regimenter wieder auffüllt ja warum nicht kann man gebrauchen nur ein schatten banner das 75 prozent schussschadenresistenz das können wir einem regiment eventuell mal geben das haben wir hier gefunden nach einer rüstung der vergeltung naja wir kommen wie zu keinem lager mehr aus er ist wieder ein lager das hätte ich jetzt einige sachen verkaufen können aber dann müssen wir das erstmal so behalten gut damit bedanke ich mich fürs zuschauen und dann geht es weiter im nächsten video oder im live stream bis zum nächsten 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 bis zum nächsten